Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Die Kopplung der Sektoren Strom, Wärme und Verkehr ist eine der wichtigsten Säulen der europäischen Strategie für die Energiewende. Elektrofahrzeuge können dabei nicht nur den Verkehrssektor revolutionieren, sondern insgesamt eine entscheidende Rolle bei der künftigen Energieversorgung spielen. Angefangen von der Beschichtung mit PV-Modulen bis hin zur Netzintegration der Fahrzeugbatterie als Buferspeicher oder vielleicht sogar Stromlieferant für die Wärmepumpe. Aber wie weit sind wir hier eigentlich? Welches Potenzial haben Ansätze wie zum Beispiel fahrzeugintegrierte Photovoltaik wirklich? Und wie sieht es mit der Kosteneffizienz, Ressourcenverfügbarkeit und Kompatibilität aus? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche darüber heute mit Oliver Meier, Head of Energy Department bei der Bayern Innovativ GmbH. Hallo Herr Meier. Grüß Gott, ich freue mich hier zu sein. Können Sie ein paar Worte sagen zur Bayern Innovativ GmbH, damit ich eine Vorstellung davon habe, was Sie machen? Ja gerne. Also die Bayern Innovativ GmbH ist eine Firma, die sitzt Hauptsitz in Nürnberg mit Dependancen in Augsburg, in Garching, auch in Hof. Also der Hauptteil ist aber in Nürnberg und unsere Aufgabe ist es, als Wirtschaftsführer zu agieren. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, wie können wir dafür sorgen, dass die bayerische Wirtschaft ja on top bleibt, führend bleibt im internationalen Wettbewerb. Und dazu verwenden wir eben Methoden, dass wir zeigen, wie Innovationsmanagement geht, wie man sich vernetzt, wie man Branchen zusammenbringt, um auf diese Art und Weise eben einfach die Nase ein bisschen weiter vorne zu haben. Und Sie sind da speziell eben im Bereich Energie und heute sprechen wir vor allem über Elektromobilität und den möglichen Beitrag dazu. Ja, das ist ja eigentlich eine Schnittstelle und das ist ja auch das Spannende. Also es gibt den Cluster Energietechnik, den ich leite. Es gibt auch einen Cluster Automotive und das ist ja eigentlich das Schöne. Denkmal sagen ja, die Automotive machen Automotive und wir machen Energie. Aber gerade mit der Energiewende, wie wir sie heute brauchen, das muss man zusammendenken. Wir müssen da also einfach Sektorenkopplung einführen. Genau, das ist heute das Thema sozusagen ausgehend vom Fahrzeugsektorenkopplung. Wenn man jetzt an die zunehmende Zahl von E-Fahrzeugen denkt, dann denken die meisten erstmal an die Schwierigkeiten, die das für Stromversorgung bedeuten könnten, Netzstabilität. Ich habe gerade auch im Podcast gemacht, eben was passiert, denn wenn alle gleichzeitig laden, Klammer auf, sie laden nicht gleichzeitig, Klammer zu. Aber ist das die einzige Betrachtungsweise oder könnte die E-Mobilität nicht auch einen großen Beitrag für eine stabile Energieversorgung leisten? Auf jeden Fall. Und das muss man einfach einen Ticken weiterdenken. Ganz nebenbei, wenn alle Fahrzeuge zur selben Zeit an der Tankstelle stehen, geht auch nichts mehr. Und das passiert ja auch nicht und ist verteilt. Wir neigen natürlich dazu, wenn neue Technologien kommen, erstmal das Negative zu sehen. Aber wir müssen heute, und ich glaube, das ist die Zeit, es reift dafür, auch immer mal schauen, was sind die Möglichkeiten, die da stehen. Fangen wir mal so beim Elektroauto an. Das erste Schöne ist, wir verbannen die Abgase vom Auto selber. Also ich habe keine CO2-Emissionen mehr, es stinkt nicht mehr so, es wird leiser in den Städten. Das sind durchaus Vorteile. Natürlich brauche ich Strom, um das zu laden. Und bei dem Strom wird derzeit dann noch CO2 in einem Kraftwerk erzeugt. Es wird also etwas verschoben. Aber das ist ja eigentlich a priori eigentlich mal eine schöne Geschichte, die ich da habe. So, jetzt brauche ich natürlich die Energie zum Fahren. Früher ist es aus dem Benzin gekommen oder aus dem Diesel. Jetzt kommt sie aus dem Strom. Das heißt, es verschiebt sich irgendwo, wo das Ganze herkommt. Aber auf der anderen Seite bietet es eine neue Möglichkeit. Weil wenn ich eine Batterie habe, dann kann ich die auch, wenn das Fahrzeug steht und sagt, hey, das ist ja Energie, kann ich vielleicht eine Netzschwäche ausgleichen damit. Das heißt, auf einmal bekomme ich eine neue Funktionalität da, die ein Verbrennungsauto nie gehabt hätte und deshalb auch noch nie darüber nachgedacht worden ist. Es ist etwas Neues. Da sagt man ja erstmal, halt, stopp, ja, was passiert da? Da lädt irgendwo einer nachts mein Auto leer. Mein Baby fängt an, nachts um zwei zu schreien. Ich habe nur noch zehn Prozent und komme nicht weit. Ja, natürlich. Aber das sind diese Worst-Case-Betrachtungen. Genauso, was passiert, wenn Sie aus dem Urlaub kommen. Der Tank ist leer gefahren, Sie parken und nachts passiert was und Sie haben keinen Sprit mehr zum Krankenhaus zu fahren. Ganz nebenbei, wenn sowas passiert, rufe ich einen Krankenwagen und fahre nicht selber durch die Gegend. Aber das ist eine Gewöhnung, wie man damit umgeht. Wenn wir jetzt mein Auto betrachten als ein Speicher auf vier Rädern, was es ja ist, und hat auch noch eine Außenhaut. Welche Potenziale stecken da sozusagen insgesamt drin für die Energieversorgung? Sowohl von dem, wie Energie reinkommt, als auch die, wie sie rausgeht. Das sind vielleicht zwei Aspekte. Also das eine ist, ich sage, ich habe eine Batterie, einen Speicher. Den kann ich laden und den kann ich entladen. Das ist sozusagen die externe Variante. Man kann aber auch die Oberfläche eines Fahrzeugs nehmen, um zu sagen, damit erzeuge ich Energie. Also sozusagen Photovoltaik auf die Dachfläche aufbringen außenrum. Im Durchschnitt würde ich mal sagen, bei einem PKW von heute hat man da eine Leistung von 1 bis 1,5 Kilowatt. Und ich nenne das dann immer, das sind selbstheilende Fahrzeuge. Normalerweise fahre ich, ja, Strom ist alle, ich muss tanken. Wenn ich so ein Fahrzeug lang genug in der Sonne stehen lasse, ja, dann kann es auf einmal wieder fahren, ohne dass ich tanken musste. Also der Sinn und damit kann man natürlich nicht erreichen, dass ich im normalen Straßenverkehr nie mehr laden muss. Nein. Aber ich verlängere die Reichweite. Ich kann die Technik auch verwenden für LKWs, um Kühlaggregate zu verwenden. In München fährt jetzt demnächst ein Busgespann mit Anhänger, wo der Anhänger komplett mit Photovoltaik versorgt wird. Das heißt, die Klimaanlage da drin, die ganze Steuerung und so weiter kommt nicht mehr vom Bus selber, sondern er versorgt sich selber über Solarenergie und eine integrierte Batterie. Und das sind so die ersten Schritte, wo man das ausprobiert und die meiner Ansicht nach dann auch sehr erfolgreich sein werden. Das ist jetzt die Energieerzeugung über die Außenhaut. Vorhin hatten Sie schon angesprochen, dass die Batterie zur Netzstabilität beitragen könnte. Teilweise sind das nur Gedanken. Teilweise gibt es das auch schon ganz konkret. Welche Lösungen gibt es denn schon? Also was kann man schon bestaunen auf dem Massenmarkt? Also auf dem Markt ja, auf dem Massenmarkt noch nicht, muss ich mal ganz klar sagen. Das sind alles Gedanken. Aber es gibt viele Startups, die hier Lösungen anbieten. Startups in Bayern, die da solche Geräte bauen, dass man Energie eben in beide Richtungen verwenden kann. Es gibt auch Ideen, die sagen, wir machen es mal so, dass ich aus der Batterie einen Wechselrichter habe, 220 Volt. Einen Staubsauger, den kann ich dann am Auto anschließen oder wenn ich was reparieren will oder eine Lampe oder sowas. Ich nehme quasi das als Steckdose-Mobile dazu. Das sind aber keine Massenthemen heute. Da kommt natürlich auch immer zu Pass, dass, um sowas massenfähig zu machen, die Regulatorien entsprechend gestellt werden müssen. Momentan ist das ja alles hochreguliert, unser Energiemarkt. Da haben noch die Juristen ihre Finger drin, dass das alles sauber abläuft. Natürlich haben auch die EVUs Interessen. Wie verrechne ich das? Wenn ich erst lade, dann lade ich aus dem Auto zurück. Wer kriegt welches Geld zu welcher Zeit? Wie viel darf ich ihn nehmen? Wann darf ich ihn nehmen? Was passiert, wenn bei der Gelegenheit irgendetwas am Auto kaputt geht? Gehe ich dann zu meinem Händler und sage, du pass auf, dein Auto ist kaputt? Oder sagt der halt, Moment mal, der hat da eine Stromspitze rein? Also das sind alles so die technischen Sachen, aber auch die regulatorischen, die es noch zu lösen gilt. Aber vielleicht dazu sagen, und das ist etwas, wo wir in Bayern die Firmen, die wir haben, das eine ganze Menge, wirklich auch mit vorne dran sind. Das unterstützen wir eben dann auch wieder als Bayern innovativ, dass sich da was bewegt. Es gibt zwei, drei Autos, glaube ich, die schon Solarflächen auf der Außenaut haben. Und natürlich am berühmtesten wahrscheinlich das, was es noch nicht gibt, ist, glaube ich, der Sion. Ja, der Sion von Sono Motors. Der soll ja nächstes Jahr kommen. Das ist ein Auto in der Tradition von Henry Ford. Ja, man kann jede Farbe haben, solange sie schwarz ist. Das ist der erste Step. Und das Interessante an diesem Auto, an dem Konzept ist, begleite ich auch schon seit vielen Jahren, ist, man sieht die Solarzellen nicht mehr. Also der optische Punkt. Früher hat man gesagt, ach, da sind die Solarzellen. Sieht ja ein bisschen komisch aus. Nein, das sieht man heute nicht mehr. Das ist eine geschlossene, schöne schwarze Fläche. Und die nächste Entwicklung ist dann Farbe. Das ist vollkommen logisch. Das war beim Herrn Ford auch so. Und das wird hier auch so sein. Und das ist eine sehr erfolgreiche Idee, die hier in München realisiert wird. Also wir sprechen ja sonst nicht über einzelne Firmen. Aber wenn Sie die schon begleiten, das ist ja schon spannend, weil das wird natürlich breit verfolgt, dieses Projekt. Das wird schon was noch, oder? Das wird was. Weil das dauert ja immer ein bisschen länger als gedacht. Was sind da so die Schwierigkeiten vor allem? Die Schwierigkeiten, die man hat. Also erst mal, wenn man ein Auto auf den Markt bringt, dann muss man erst mal ein Auto auf den Markt bringen. Was für sicher, wenn man dort die Qualitätsmaßstäbe und so weiter kennt. Sie erinnern sich, Tesla, als der erste Tesla kam, hat man gesagt, ach, das Spaltmaß. Mein Gott, das kann ja nie was werden. Es dauert seine Zeit, bis es was wird. Das ist eben die Eigenschaft. Aber sonst technisch sind die auf einem sehr guten Weg, das hinzubekommen. Und das koppelt sich auch an andere Firmen, die wir haben, wo es zum Beispiel darum geht, wie kann man Mieterstrom so verwenden, dass ein Nachbars verwenden kann, dass man es in ein Auto speichern kann, dass der Nachbars Auto, dass ich dessen Strom verwenden kann. Also solche Systeme, das ist gerade so am Hochbobben, weil man merkt, die Energiewende werden wir nur schaffen, wenn wir hier einfach vernetzter, größer, komplexer denken. Und das Besondere, muss ich mal dazu sagen, weil ich ja auch in der Lehre tätig bin an Hochschulen, gerade im deutschen System sind wir es eher gewohnt, in Systemen zu denken, komplexen Sachen zu denken, als man es in anderen Teilen der Welt kann. Da ist man mehr linear. Und deshalb sehe ich da eine hohe Chance, ein hohes Potenzial für uns, langfristig einfach auch sehr erfolgreich zu sein. Vielleicht noch mal eins zu den fahrzeugintegrierten Stromversorgungen. Das ist bisher eher so noch ein exotisches Thema. Sehen Sie das eher als den Standard in Zukunft? Glauben Sie, dass da was draus wird, dass Autos das grundsätzlich haben? Weil natürlich, selbst wenn es nur dazu führt, dass wenn ich keinen Strom mehr habe, früher ist man dann mit dem Benzinkanister zur nächsten Tankstelle gelaufen. Das kann man jetzt nicht mehr. Aber wenn man sagen kann, gut, wenn ich das Auto ein paar Stunden stehen lasse, komme ich wieder bis zur nächsten Ladestelle. Das wäre ja schon mal was wert. Ja, also ich sage mal so, nachts nützt es nichts. Insofern ist Solarenergie sehr gut prognistizierbar. Ich weiß einfach, nachts habe ich gar nichts. Aber ja, also ich sehe es einfach als zwingend erforderlich. Die erste Stufe ist Elektroauto. Ich fahre damit. Die zweite ist, dass man sagt, wie bringt man damit Netzstabilität rein, um Kraftwerkskapazitäten zu kontrollieren. Die dritte ist, wir müssen lernen, überall Energie zu erzeugen. Wenn wir die aktuelle Situation lernen, dann merken wir einfach, was Abhängigkeit bedeutet. Und im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen. Das ist meine persönliche Meinung. Für die kämpfe ich seit 30 Jahren. Wir müssen ein Land werden, das uns sehr stark oder fast ausschließlich mit regenerativen Energien versorgen wird. Ich weiß, dass hier ein Aufschreit ist. Das ist zu teuer. Das braucht man nicht. Das kann man nicht. Die Frage ist halt im Endeffekt ganz zum Schluss, was ist uns unser Planet wert. Ja, und damit relativiert sich das. Wenn ich hier eine Flasche Wasser habe, die zahle ich einen Euro. Wenn ich die in der Sahara anbiete, dann kriege ich eine Million dafür. Also man muss den Kontext einfach sehen. Und ich glaube, oder ich glaube nicht nur, ich bin überzeugt davon, dass er sich derzeit wandelt, dass wir eben dafür bereit sind, mehr Geld auszugeben für diese Unabhängigkeit, für diese Möglichkeit, uns dann auch mit Energie selber zu versorgen. Und es wird auch so kommen, dass wir auf Dächern überall Photovoltaik haben, dass Neubauten mehr in diese Richtung gedacht werden. Und das Spiel ist noch offen. Ja, also nicht nur bei den Autos. Und da denken Sie schon auch, dass die Außenhaut von Autos das in zehn Jahren vielleicht standardmäßig haben wird. Ja, und machen wir mal eine ganz grobe Abschätzung. Prognostiziert sind für 2030 220 Millionen Elektrofahrzeuge. Momentan, weltweit, weltweit haben wir vielleicht fünf oder sowas. Wenn jedes Fahrzeug, ich mache jetzt eine ganz simple Rechnung, ein Kilowatt Leistung hat, dann wären wir bei 220 Millionen Kilowatt Leistung. Das ist, wenn ich dann sage, über die Stunde gerechnet, also Energie, wesentlich mehr, als wir insgesamt Pumpspeicherwerke haben in Deutschland. Also warum soll man diese Fläche bitte schön vergeuden? Macht ja keinen Sinn. Die andere Richtung des Stroms ist ja die, wie wir vorhin angesprochen haben, ins Netz oder ins Haus. Ist ja beides möglich. Und da gibt es die vorhin angesprochenen regulatorischen Probleme. Ein anderes Problem gibt es ja auch noch, dass die Autos ja nicht angeschlossen sind unbedingt, wenn sie stehen. Was gibt es denn da? Was kann man denn da machen? Anschließen? So einfach. Nein, aber das ist ja zum Beispiel einer der Punkte, wo auch die Regulatorik sich jetzt bewegt hat, ist gesagt, wenn man zum Beispiel in Wohnanlagen, war es bis vor, ich weiß es nicht genau, drei Jahren so, wenn sie dort gesagt haben, ich hätte gern einen Elektroanschluss, musste ein einstimmiger Beschluss gefällt werden. Wenn da, und das war bei uns der Fall, einer gesagt hat, ich halte das für Blödsinn, waren sie raus. Heute nicht mehr der Fall. Heute können sie sagen, ich brauche das und dann kriegen sie das. Das ist also schon der erste Schritt, wo man auch in diese Richtung geht und wo es auf einmal die Diskussion losgeht. Ja, Moment einmal, wie sinkt denn der Wert meiner Immobilie, wenn ich das nicht anbiete für die Zukunft? Also da sind so ein paar Sachen, die parallel ins Laufen kommen und damit werden sich die Anzahl der Anschlüsse stetig erhöhen. Das ist sozusagen ein Henne-Ei-Problem, aber das nivelliert sich so ein bisschen hin und her. Und mit der höheren Anschlussmöglichkeit wird dann automatisch die Möglichkeit gegeben sein, auch das zurückzuspeisen. Und dann können Sie sich vorstellen, ich male jetzt das mal hin, ich wohne in einer Wohnanlage, da sind 100 Parteien, 100 Parkplätze unten. Wenn Sie die alle angeschlossen haben in der Garage, da haben Sie eine ganze Menge Speicher, die da sind. Sagen wir mal, Sie erlauben 20 Kilowattstunden, dann sind das 20 mal 100, dann sind das 2 Megawattstunden, die Sie haben, wo Sie sagen, ich kann die nachts oder wann immer auch verwenden, um etwas zu dämpfen. Ich brauche nicht mehr so hohe Kabel, so dicke Kabel, damit kann man schon etwas anfangen. Sie meinen auch, dass, was Sie sagen, Sie erlauben, das heißt, meine von meinem Tesla hat jetzt 80 Kilowattstunden und ich würde dann sagen, davon stelle ich sozusagen für die Netzsicherheit einen Teil zur Verfügung oder wie kann ich das vorstellen? Genau, also das wird zum Beispiel so Konzepte haben, nicht, dass ich etwas zur Verfügung stelle, sondern sage, ich möchte nicht, dass es untergeht. Also ich meine, Sie fahren Ihr Auto, Sie fahren ja Ihr Auto auch leer und ab irgendeinem Punkt sagen Sie, jetzt muss ich tanken. Ja, das ist so das Minimum, was Sie sagen, also hier ein Viertel, jetzt muss ich mal an tanken denken. Und dann würden Sie eben bei einem Elektroauto sagen, also pass mal auf, egal was da ist, aber weniger als die Hälfte oder als ein Drittel ist nicht zulässig. Und dann würde die entsprechende Technologie schauen und sagen, okay, runter, jetzt ist er bei einem Drittel, aufhören. Ich gehe zu einem anderen Fahrzeug oder sonst irgend so was. Und dann könnte man auch solche Sachen sich denken und die dann auch realisiert werden, wenn es dann wieder heißt, okay, wir laden aus dem Netz wieder, dass dann die, die weiter unten sind, schneller geladen werden als andere. Das ist dann eben sozusagen die Komplexität oder die Intelligenz, die man dann in solche Steuerungen steckt. Sprechen wir noch ein bisschen über die Kosten. Also das ist ja auch häufig das Problem. Das zumindest am Anfang, denke ich jetzt mal, ein Carport gibt es ja auch noch als Beispiel, PV-Carports, die rechnen sich vielleicht noch nicht unbedingt oder es braucht überall Pioniere. Erreichen wir in diesen ganzen Bereichen, die wir jetzt angesprochen haben, irgendwann Kosteneffizienz oder gibt es die teilweise schon jetzt? Jetzt stellen Sie so eine Frage, die bei mir immer so die Haare etwas zu Berge stehen lässt. Die Frage ist immer, was ist es uns wert? Ich möchte das mal umdrehen. Wenn ich sage, ich betrachte nur die Kosten, dann bleiben wir bei dem System, was wir haben, bleiben in der Abhängigkeit. Vielleicht dreht uns einer ab. Gehen wir doch jetzt einfach mal her und sagen, uns wird die Energie abgedreht. Was wären dann auf einmal wir bereit zu bezahlen? Deshalb sage ich, das ist immer relativ. Ich bin der Meinung, momentan sind die Sachen noch teuer. Auf der anderen Seite sieht man, wie viele Leute sich mit Prestige, ein neues Prestige kaufen. So nach dem Motto, schaut her, ich fahre ein SUV. Heute fährt jeder SUV, aber meiner ist nachhaltiger als deiner. Es ist also eine Möglichkeit, sich zu exponieren für die Leute, die Geld haben. Und dann wird das automatisch auf ein Niveau kommen, dass es akzeptabel ist für alle. Ich meine, schauen wir mal her, was hat denn damals das erste Auto gekostet mit ASB? Als ich einen Führerschein gemacht habe, ist das gerade eingeführt worden. Das heißt, das ASB-System kostet 12.000 DM. Da haben wir alle gesagt, der Spinster, kriegst ja zwei Autos dafür. Und heute? Gibt ein Auto drin. Kaufen Sie noch ein Auto ohne ASB? Ohne Antiproduktivsystem? Das regelt sich ein. Wir haben viele Entwicklungen gerade im Moment. Wer sind die größten Treiber Ihrer Ansicht nach? Die Treiber? Das ist meiner Ansicht nach, so komisch das klingt, die Gesellschaft, die merkt, es geht nicht so weiter, wir müssen etwas tun. Das ist aber mehr High Level. Wir müssen etwas tun. Der Druck ist da. Und das wird nach unten weitergegeben, wo es dann heißt, ja, was tut denn ihr? Frage an die Energieversorger, an die Autohersteller. Ich meine, es ist nicht nur so, dass diese eine Firma sich darum kümmert, sondern die Großen auch darauf sprechen und sagen, ist das etwas, was wir auch berücksichtigen müssen. Jeder überlegt ja heute, schaue sich die Werbung an. Jeder sagt nur noch, ich bin nachhaltig. Das ist eine Richtung und das ist meiner Ansicht nach der größte Treiber, wo es aber keine, nicht die eine Lösung gibt. Das ist vielleicht noch das Wissen. Es wird nicht die eine geben, es wird eine Vielzeit geben. Das ist wie für mich immer ein gesunder Mischwald. Es ist nicht nur Fichte, sondern es ist ein Mischwald. Verschiedene Technologien. Und das alles zusammen wird dazu führen, dass das Gesamtsystem stabil, resilient ist und so, dass unser Planet damit auch hoffentlich wieder irgendwann gut leben kann. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und da treibt uns auch ein bisschen die junge Generation und das ist sehr gut. Die möglicherweise größten Verlierer könnten natürlich sein, die großen Energieerzeuger und die Mineralölkonzerne. Welche Rolle spielen die Ihrer Meinung nach in dem Spiel? Treiber sind sie vielleicht eher nicht oder doch? Ich kann mich erinnern an ein Zitat von dem Vorstandsvorsitzenden von Shell, Herrn Fahrenholz einmal. Der hat gesagt, eigentlich ist es mir wurscht, womit ich mein Geld verdiene. Hauptsache ich verdiene mein Geld. Und ich glaube, wenn man sagt Verlierer, es gibt keine Verlierer, sondern es gibt nur Leute, die eine Chance verpasst haben. Und das ist das, was momentan die Großen auch sehen. Sie sagen, okay, wir müssen hier etwas tun und dann auch tun werden. Ich habe lange Zeit bei der Firma General Electric gearbeitet und da gab es immer drei Fragen. Erstens, ist das relevant? Zweitens, müssen wir was tun? Auf die ersten zwei hat es meistens geheißen, ja. Und dann kam die dritte entscheidende. Wann müssen wir etwas tun? Und das ist die, wann, wenn ich es zu früh mache, kille ich mein derzeitiges Geschäft? Habe ich sofort die Stakeholder an der Backe, die sagen, hey, hallo, warum verzichtest du hier auf die Einnahmen? Wenn ich es zu spät mache, hat mich die Konkurrenz überholt. Kann ich nicht mehr da sein. Also die sind genau den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, zu sagen, jetzt, das ist die Kunst der großen Firmen. Und ich glaube, in Deutschland sind wir da relativ gut aufgestellt, dass die inzwischen gemerkt haben, man muss was tun und es auch inzwischen tun. Manche sind spät, aber noch nicht zu spät. So ein bisschen wie damals die Sattelhersteller, glaube ich, die überlebt haben, die verstanden haben, dass sie Sitzgelegenheiten für die Mobilität machen und dann umgestiegen sind und dann für die Autos die Sitze gemacht haben. Ja, die haben es halt gerade noch mitgekriegt. Und die, die Pferdestationen gehabt haben, haben gesagt, naja, da muss ich eine Tankstelle machen. Manche haben es nicht verstanden, die sind dann weg. Ist so. Aber schauen Sie sich mal auf der anderen Seite an, wenn Sie den Handymarkt anschauen, da war Nokia führend früher. Und dann kamen auf einmal Apple und Samsung. Und das ändert sich. Das heißt noch lang nicht, dass da eine große, sage ich jetzt mal despektierlich, Krise droht, weil die Ingenieure sind gut, die finden dann eben auch in anderen Bereichen wieder. Und in neuen Startups, in den neuen Firmen ein Unterkommen. Das ist ein Wandel und ich glaube, daran müssen wir uns auch gewöhnen, dass sich das fortentwickelt und dass das auch im Endeffekt gut ist. Eine Frage ganz zum Schluss. Sie sind ja auch nah an der Politik ein Stück weit dran. Was würden Sie von der Politik in der jetzigen Situation, wenn Sie die Wunschfee hätten, diesen einen Wunsch, was würden Sie sich wünschen, um die Entwicklung zu mehr Nachhaltigkeit, gerade jetzt auch in unserem Thema hier, weiter zu unterstützen? Jetzt gebe ich Ihnen eine Antwort, die Ihnen wahrscheinlich nicht gefallen wird. Weil ich Ihnen bin der Beziehung zwiegespalten. Wenn ich als normaler Bürger denken würde, würde ich sagen, die müssen da machen, die müssen Gesetze ändern und so weiter. Aber fördern natürlich. Aber wenn Sie sich den Politikbetrieb anschauen, ein bisschen drin sind, dann merken Sie erst, wie präzise die nicht nur den ersten, nächsten Schritt, sondern auch den zweiten, dritten, vierten, fünften überlegen, wabwägen, was hat das für Vorteile, was hat das für Nachteile, damit man dann insgesamt vorankommt. Das hat nach außen oftmals den Eindruck, ja, Unentschlossenheit. Ich habe inzwischen gelernt, das ist keine Unentschlossenheit, sondern da wird wirklich abgewägt jedes Argument. Und ich bin froh, dass wir diese Politiker haben, und zwar egal von welcher Couleur. Und das Spannende ist, wenn man die mal im täglichen Geschäft beobachtet, egal welcher Couleur, die tauschen Argumente aus und ringen wirklich darum, wie man das Ganze weiterbringt. Und nicht so à la eine Entscheidung, sondern das sind wirklich handfeste Gründe. Deshalb habe ich jetzt keinen großen Wunsch an die Politik, sondern ich habe nur eigentlich die Aussage, wie gesagt, ist nicht populär, was ich sage, Dankeschön, dass ihr das so gründlich überlegt. Die machen nicht was, sondern die fragen mich, kriegen meine Meinung, kriegen vom Kollegen, von jemand anderem, der eine ganz andere Sicht hat und daraus dann das Richtige zu bauen. Und ich finde, das machen sie insgesamt gut. Das ist eigentlich ein tolles Schlusswort. Ganz herzlichen Dank fürs Hiersein, Herr Mayer. Gerne. Ich hoffe, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, Ihnen hat dieses Gespräch auch gefallen. Mehr über Bayern Innovativ finden Sie auch im Netz unter www.bayern-innovativ.de. Und ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein. Alles zur Sektorkopplung und fahrzeugintegrierter Stromerzeugung finden Sie auf The Smarter E-Europe, Europas größter energiewirtschaftlicher Plattform. Im Fokus stehen erneuerbare Energien, Dezentralisierung und Digitalisierung der Energiewirtschaft, sowie branchenübergreifende Lösungen aus den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr für eine intelligente und nachhaltige Energieversorgung. Infos online unter www.thesmarter.de.